Ohhhh! Ohhhh! No! Jaaaaaaah! Jaaaah! Jaaaaaaah! In der Zeit, wo das Spiel runtergeladen ist... ...runtergeladen hat... ...runtergeladen ist, ...bis ich mich dazu entschlossen, ...mich einmal kurz umzuziehen. Denn, auf der Anfrage von meinem Chat kam, ...eine Frage, ob ich Fall Guys spielen könnte. Habe ich schon nie mein Leben gehört. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich hab gar keine Ahnung. Wenn das Spiel scheiße ist... Welche Farbe machen wir mal... Filmstar? Machen wir Minzschokolade? Naja, Minz ist verboten worden. Strandball. Muster. Ah, mach mal so, siehst du aus wie... ...siehst du ja... ...zum anbeißen siehst du aus. Böser Wolf, siehst du aus wie ein Kurde. Böser Wolf, jetzt bist du ein Kurde. Die behaarten Beine... ...den Rücken... ...und die... ...Kopfort-Hausse auch. Ist das Battle Royale oder was ist das? Warte mal, Hindernisrennen. Überwinde die Hindernis und rennen zur Zielinie. Mario Part for Army... Mario Part for... Alles klar, ich sag gar nicht. Wie läuft der? Alter. Oh. Oh, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Ahaha. Rein da. Oh, 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 oh. Alter, wie so ein... Das erinnert mich ein bisschen, wenn du in der Schule eine Kaugummi-Packung offen hast. Wie die Geier kommen sie. Was ist das denn? Oh mein Gott. Äh, 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 äh. War es falsch mit dir? Geh mal hoch. Da schaust... Ich hatte noch gar nichts gemacht. Ich werd... Oh, na, Diggaal, das ist doch Scheiße. Du bist direkt ausgeschieden. Du bist mich verarschen gerade. Lauf, lauf, lauf. Yinannaaaaaaaaaaaaaaaa. Uh, oh shit, shit. Shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Aha. Aha. Oh, 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 oh! Warum schau ich nicht? Ich kann nix sagen, er schubst mich doch nicht! Hey! Auf einmal, er schubst mich! Nein! Hä? Ich bin einfach runtergefallen. Ich dachte, ich bin tot. Brr! Brrrr! 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 Brrrrrr! Brrrr! Brrrr! Achso, was? Brrrr! Brrrr! Wir machen es noch mal. Komm schon. Guck mal, mein Typ ist heiß. Der ist heiß. Der ist hungrig. Hol ihn dir, hol ihn dir. Komm schon. Komm schon, komm schon. Oh, bruh. Ey, Digga, die laufen über mich, als ob ich irgendein Random bin. Digga, der gibt mir einfach schon wieder. Bin ich denn Fußball? Geh mir weg, geh mir aus dem 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 Weg. Oh, shit. Ich hole auf. Ja, 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 ja. Ja! Ja! Komm schon! Jawoll! Baby! The King of Iron Fist Tournament. Good morning. Get ready for the next battle. Three, two, one, go! Fight! Beat! Diese scheiß Tüto! KO! You win, King! Was ist ein Schweif? Sorge dafür, dass du einen Schweif hast. Schweif packen. Oh! Geh mal weg von mir! Wie hol ich denn einen Schweif? Oh! 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 Was ist ein Schweif? Ist das Ding da in der Mitte oder was? Oh! 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 Ich hab mir heute folgendes gedacht, geh weg von meinem Schwanz, komm mal her, komm mal her, gib mir mal deinen Schwanz, boah Digga, komm mal her, 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 das ist mein Schwanz, gib mir deinen Schwanz jetzt, nein, ich wollte doch nur seinen Schwanz haben. Digga, der kommt direkt und gibt mir eine Kopfnuss, Reu Digga, komm, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon mein Kleiner, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, neuuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Jawohl, jawohl. Geh weg von mir. Oh mein Gott, ich sag doch, geh doch weg von mir. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, 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 jawohl. Oh, jawohl, nice, nice, nice. Oh. So gefällt mir das. Kann ich das schaffen, Ahmed. Kann Ahmed das schaffen. Schafft Ahmed das. Nein, Ahmed, geh zurück. Ahmed, spring, Ahmed. Ich stoppe nicht, Ahmed. Ahmed läuft. Er läuft. Er läuft. Er läuft. Er springt. Nein, er wartet. Oh, clever. Er springt. Er springt. Er springt. Er springt. Komm, komm, spring. Ahmed, 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 Ahmed. Ahmed. Ahmed, renn. Ahmed, renn. Ahmed, renn. Ahmed. Oh, 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 oh. Knapp, knapp, knapp. Beginnst du. Oh mein Gott. Ahmed. Ahmed. Ja, oh, Ahmed, 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 Ahmed. Er hat aber nicht geglaubt. Ja, dann muss Ahmed wohl zurück in sein Heimatland. Nein, Mann, wir lassen die, die Cam da oben, passt schon. Cam, passt schon. Ach so, hier ist ein Hechtsprung. Aha. Woo. Was, brauche ich wieder? So einen Schwanz? Muss ich wieder? Ach, lass dich nicht verhexen. Nein, der hat mich verhext. Aha. Digga, als ob ich gerade ein Suburinger geworden bin. Geh weg von mir. Ah, warte mal. Lass dich nicht verhexen, aber du kannst verhexen. Hä? Wie, warum bin ich ausgeschieden? Ach, war das Teamfight. Ich muss die verhexen. Bin ich jetzt bei Harry Potter gelandet oder was? Ich verhexe die ganze Zeit, meine Leute. Ich weiß nicht. Ich muss lesen. Da stand, du musst verhexen. Werd nicht verhext. Was muss ich lesen? Steht da Teammates? Steht da, bitte nicht die Gelben angreifen lassen, deine Freunde. Nein. 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 Nein.